Willkommen in der Musikschule der Stadt Löhne. Mein Name ist Gabor Jakab und ich stelle mein Instrument die Posaune vor. Die Posaune gehört zu den Blechblasinstrumenten. Die Blechblasinstrumenten sind Blasinstrumenten, die mit Luft funktionieren. Wenn ich in das Instrument Luft reinblase, müssten wir einen Ton hören. Es funktioniert leider nicht. Wir müssen etwas anderes überlegen. Die Lippen müssen vorher schon vibrieren. So ähnlich wie bei einem schnaubendes Feld. Wenn ich meine Lippenspannung erhöhe, dann hört sich das eher nach einem Hummel an. Wo ich ganz viel Spannung habe Richtung Biene oder Mücke. Da sind halt später die unterschiedlichen Tonhöhne bei dem Instrument. Das ganze wird mit dem Instrument einfach nur versteckt. Die Posaune ist in sehr viele Musikrichtungen einsetzbar. Spielt im klassischen symphonischen Orchester, im Blasorchester, in Brassband, im Jazzbereich Bigband und heutzutage auch schon gerne in kleineren Besetzungen wie zum Beispiel in einer Popgruppe oder ein Jazzkombo. Die Anschaffungskosten sind auch überschaubar. Neue Instrumente kann man schon ab 800 Euro kriegen. Das war die kurze Vorstellung der Posaune. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann ruft uns einfach in der Musikschule an. Ihr könnt euch dort auch direkt anmelden. Die Telefonnummer und den Link zum Anmeldeformular findet ihr unten in der Videobeschreibung. call? Moment. Herudation Macron Volksgabe analyst 10 paar